Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit dem Special Guest, den ihr bereits alle schon kennt. Meiner kleinen, großen, süßen, lieben, tollen, hübschen Schwester. Hallo! Hallo! Wir hatten mal wieder Bock auf ein Video und wir machen die Whispering oder Lip Reading Challenge. Ich glaube, die hat beide Namen, oder? Ja. Also Whisper oder Lip Reading, ich weiß es nicht. Einfach mit dem Prozedere, dass der eine Kopfhörer aufgesetzt bekommt und der andere ihm einen Satz sagt und man diesen Satz, der ein bisschen komisch ist, dann erraten muss. Und ja, Challenges gibt es nicht so viel auf meinem Kanal und wir hatten da jetzt wieder Lust drauf. Deswegen, wenn ihr auch Lust drauf habt, dann bleibt dann! Deine Augen sind... Danke, Auto! Deine Augen... Jetzt habe ich es gehört. Deine... Augen... Augen... Sind... Sind... Wie... Viel... Schnecken... Scheiße... Wie... Vier... Wie... 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 Aha... Schnecken... Was? Oh Gott, ich fände ganz schnell zu dem Spiel! Warte, mein Lied ist vorbei... Schnecken... Schneeberl... Schneecken... Schneecken... Ja! Dein Parfüm schmeckt wie Kuchen... Dein Freund spricht viel hochhackig... Was? Dein Parfüm schmeckt wie Kuchen... Dein Parfüm schmeckt wie Kuchen... Du siehst aus wie Harry Potter... Du siehst aus wie eine Karotte... Du siehst aus... Wie... Harry Potter... Wie ein Mörder... Meine Motte... Nein! Harry? Audi? Nein! Was sag... Harry? Augen... Harry Potter... Deine Mutter... Das tust du wirklich... Sag's mir... Du siehst aus wie Harry Potter... Harry Potter... Draußen ist schönes Wetter... Draußen ist schönes Wetter... Oh ja... Deine... Deine... Schuhe... Schuhe... Schmeißen... Schmecken... Auf dem Haus. Dem Haus. Deine Schuhe schmecken, passen, schmeißen, 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 schmeißen. Deine Schuhe schmeißen auf dem Haus. Irgendwas, meine Schuhe auf dem Haus. Ja. Aber was machen die auf dem Haus? Schmeißen, spaß, schmeißen, 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 schmeißen. Schmeißen, 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 deine Schuhe schmeißen auf dem Dach. Auf dem Haus. Auf dem Haus. Ja. Hä, was hat das für einen Sinn? Ja, gar keinen Sinn. Gestern lief ich durch den Park. Was? Gestern lief ich durch den Park. Was? Gestern lief ich durch den Park. Mach mal langsamer. Gestern lief ich durch den Park. Was hast du gestern gemacht? Gestern lief ich durch den Park. Was? Parks. Ja. Gestern lief ich durch die Parks. Den Park. Gestern Abend lief ich durch die Parks. Gestern lief ich durch den Park. Park. Ja. Ja. Haribo. Pups. Haribo macht Kinderfro. Haribo. Haribo. Macht. Ba. Macht. Fackt. Kinder. Einen. Vogel. Vogel. Nein. Furz. Haribo. Ein Wurm. Haribo. Haribo macht Kinderfro. Ich färbe mir morgen meine Haare blau. Irgendwas ist blau. Ich färbe mir morgen die Haare blau. Ich färbe. Ich färbe. Ist das richtig? Nein. Ich färbe. Fülbe. Färbe. Färbe. Pupsi. Färbe. Friere. Färbe. Was? Färbe. Fülbe. Färbe. Färbe. Färre. Nein. Was? Ich färbe. Ich färbe mir morgen meine Haare blau. Ja. Deine Oma hat ein neues Eifo. Sagst du mir ein neues Eifo? Deine Oma hat ein neues Eifo. Deine Oma hat ein neues Eifo. Sagst du mir ein neues Eifo? Sand. Nein. Deine Sa... Deine... Sagst du mir? Nein. Deine... Deine... Nein. Deine... Deine... Ja. Oma... Oma... Hat... Heißt... Nein. Deine Oma... Deine Oma hat ein neues Eifo. Deine... Deine Oma... Hat... Heißt... Hat... Hat... Ein... Ein... Neues... Was hat sie? Neues... Deine Oma hat ein neues... Iphone... Auto... Iphone... Haus... Iphone... Iphone... Jaaa... Dein... Fuß... Riecht... Isst... Riecht... Liegt... Riecht... Wiegt... Riecht... Klein Fuß... Damit hatten wir ja vorhin schon Probleme... Lígt... merge... Riecht... Iht... Riecht... I Matti.... RIECHT... HE Ku... RIECHT... ITE... RIECHT... Wie... Wie... Höhnersuppe Hunde kacke! Höhnersuppe... Höhnersuppe... Ludelsuppe... H Indonesian... 19 00 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 partnerships... Ich schlafe gerne im Bademantel. Ich schlafe gerne neben anders, alleine, nein. Ich schlafe gerne im Bademantel. 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 Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß, wie es wir hatten. Also, wie ihr gesehen habt, ich bin da der totale Depp in diesem Spiel. Ich kann das ja wohl gar nicht. Und sie kann natürlich wieder alles. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Danke. Du kriegst jetzt eine imaginäre Krone auf den Kopf. Und wenn euch Videos dieser Art oder mit meiner Schwester gefallen, dann gebt doch diesem Video einen Daumen hoch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wann immer ihr dieses Video seht. wars ya! Bis bald! Chüüss! Tschüss! Vielen Dank.